Wir haben Zeit, also so ein bisschen zum Grooven, ihr könnt auch so ein bisschen Grooven, alle zusammen hier auf dem Wohnzimmer, Couch, Sofa. Ja, das gefällt mir. Ich bin weit gerannt, hab auch nicht erkannt, wie weit der Weg nach oben ist. Ich hab so viel probiert, die Musik studiert, hab gelernt, dass es dafür keine Gebrauchsanweisung gibt. Die Reaktionen der Aktionen liefern den Beweis, wie man danach strebt, zu erreichen, was der Irrtum verschweißt. Die Realität hat mir den Traum geklaut und ich frag mich, wie weit muss ich laufen? Wie weit muss ich gehen, durch wie viele Welten muss ich tauchen, um Land in Sicht zu sehen, zu sehen? Wie weit, wie weit muss ich laufen, wie oft übers Feuer gehen, in wie viele Dimensionen muss ich tauchen, um Land in Sicht zu sehen, zu sehen? Yeah, 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 yeah Leben, dass ich dreh, dass ich dreh, ich bin bewegt vom Leben, ja, dass ich dreh, dass ich dreh, doch ich frage mich, wie weit muss ich laufen, wie weit muss ich gehen, durch wie viele Welten muss ich tauchen, um Land in sich zu sehen, zu sehen, wie weit, wie weit noch muss ich laufen, wie oft übers Feuer gehen, in wie viele Dimensionen muss ich tauchen, um Land in sich zu sehen, zu sehen, in wie viele Dimensionen muss ich tauchen, um Land in sich zu sehen, zu sehen.